Was macht ihr da? Nein! Der Stuhl ist weg! Ich geh mal lieber hier weg. Ich hab da schon einen zweiten hingestellt. Nein! Oh nein! Da wird mir einer die Nerven verlieren. 100 pro. Was soll das? Hilfe! 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 Oh! Oh nee! Okay. Wer bist du? Ausweis! Gib mir deinen Ausweis! Usaf komm her! Warum geh ich halt auf einen Haufen? Dann kann er die geile Bombe aktivieren. Ah! Da liegt er in der Ecke. Die haben den Smokernit bekommen. Cool! 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 Was hast du hingeworfen? Smokernit! Wir haben die Rambazamba in der Küche gemacht. Oh, jetzt ist er weg. Ich hab mich weggeportet. Er ist unsichtbar. Wer seid ihr denn? Wer ist da den Blut? Alter, ist da mein Ausweis etwa explodiert? Ja! Hier Leute, kommt zurück! Hier, kommt mal hierhin, wo der Schuss ist. Ihr könnt mich jetzt, ähm, auf der Herdplatte packen und ein bisschen anbraten. Kann man das anmachen? Ja, mach was! Ich muss hier weg! Ich muss hier weg! Ich muss hier weg! Alter, bitte nicht auf mich ziehen, Alter. Oh, wie der ganze Zeit den Weg läuft! Geh weg! Hi, Peter! Ich mag das nicht. Ich will, bevor es passiert, es gibt ja Traitor, die legen gerne Bomben. Ich will nie... Pass bitte auf, dass in dem Haus keine Bombe liegt. Stimmt. Alter, wirst du da auf der einen Map, wie oft das gemacht wurde? Das war richtig ätzend. Ja. Auf der alten Map. Alter, dieser Fernseher ist einfach weiß! Hey, Fenstermann! Oh! Weißes Programm! Wollen wir zusammen schauen? Das ist ganz oben! Da wurde Material gespart! Nein, spring ich! Oh! Oh! Dann musst du aber auch ein bisschen färshaft bekommen machen! Einer muss gleich nervös werden! Hi, Peter! Da ist Blut im mittleren Stockwerk! Maudado! Maudado! Warte, Peter! Ich schau noch! Da oben! Ich bin auch oben! Oh, hier ist einer tot! Da hatte einer eine Galil und ist gestorben! Ich hätte ihn vielleicht untersuchen sollen! Er ist innocent! Heißt, zwei Traitor leben noch! Du! Nein, das bist du! Okay! Wir müssen Traitor sein! Ja, weil die Traitor alle umgebracht haben! Stimmt! Ich habe nur drei Punkte auf der Map! Die zwei sind oben! Hat auf mich geschossen und ist weggerannt! Oben! Toll! Wenn wir denn hochkommen, ohne dass die uns umbringen! Da oben! Mano ist oben! Mano lebt noch! Mano ist Traitor! Warum denn? Warum greift die mich einfach an? Oh, Maudado! Warum hat die mich einfach angegriffen? Weil... Warum wohl? Keiner hat mehr geredet! Ja, keiner redet und alle sind tot! Ja, ich habe mich einfach versteckt! Kennst du verstecken? Und ich habe dir meinen Ausweis gegeben, du! Ich bin im Badezimmer! Okay! Einen Traitor habe ich! Ich halte mich noch gerade ein bisschen! Hi! Hi! Ich glaube ich habe einfach mal... Oh, Maudado! Ich wusste es einfach! Peter sitzt hier ganz gemütlich auf der Bank! Ja, der chillt! Aber ich habe die passend zum Programm umgebracht! Ja, ja! Aber Maudado, ich habe dich gut erwischt, glaube ich, mit dem Einschuss! Komm mal, du Kikackl! Ich kack dir gerade ins Gesicht! Tu ihn mit dem Kopf rein! Hat die Mama einmal gemacht! Alter! Das sah ein bisschen brutal aus! Drück uns beide in die Toilette rein! Geil! Bitte folgt mir! Wir werden uns heute die Bach-Bergwerke ansehen, meine Damen und Herren! Die Bach-Bergwerke? Achso, hier gibt es eine Führung! Wir sind bei der Zombie-Führung! Bitte seid vorsichtig! Das ist noch nicht alles hier gesichert! Das heißt, es können noch Steine unter Umständen runterfallen! Also bitte seid vorsichtig! Das ist eine sichere Bach-Bergwerke! Okay, ähm... So, ein Teil der Führung beinhaltet... Moment, Moment! Dario, Dario, ich habe eine Zwischenfrage! Sind das vegane Steine? Ähm, ja! Wir sind vor einem Jahr umgestiegen auf vegane Steine! Also ein Teil der Führung ist, dass ihr auch mitarbeiten müsst! Das heißt, ihr müsst euch einen Weg freisprengen! Das heißt, da einer von euch bestimmt Traitor ist... Ich bring Gruppe 2 gerade mal! Ja, Moment! Ich häng' bisschen nach! Und sprengt hier, äh... Oh, schön, schön! Warte, warte, warte! Ja, okay! Ich platziere das! Genau! So, okay! 30 Sekunden! Ja, das ist leider der zweite Teil, ähm... Der Führung! Der Führung, man muss sterben! Okay, gut! Ja, jetzt müssen wir Abstand nehmen! Boah, ich weiß noch gar nicht, wer verdächtig sein könnte! Du, Dario! Achtung, okay! Okay, das geht da rein! Geh zu der Sprengung mal! Guck dir das mal um! Also die Mine verlassen! Das ist richtig gefährlich! Da wird grad gesprengt! Kommt alle raus! Hä? Was ist das? Verlass bitte die Mine! Verlass bitte die Mine! Ganz raus! Dario, die ist noch nicht, dass Maudado mit ner Pumpgun hier rumläuft, oder? Hinter uns! Ah! 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 Willkommen zur... Ich bin Behindertschau, obwohl ich voll toll bin, ja! So, kommt alle raus! Was ist das? Maudado! Was denn? Ja, siehst du das nicht? Den Schuss! Hahahaha! Ach so, das meinst du! Hä? Er hat doch die... Ach, das war Kedos! Hä? Also so geht es nicht! Hä? Das soll ich einfach Kedos ersch-sch-sch-schiessen, ey! Finde ich jetzt ein bisschen zu krass! Nein! Alter! Wie behindert! Ja, Manu hat angefangen! Dadurch, dass die Tür im Weg war, hab ich Kedos mit Maudado verwechselt! Ist das überhaupt schon gesprengt worden? Ja, Manu, da war einfach irgendwas... Siehste was? Den Schuss! Und zack! Und ich bin tot! Das war... Das war nicht zu toll! Ich dachte, du warst Maudado! Nach links oder nach rechts? Ach, nach rechts war's, gell? Ich meine, Maudado und der Kedos-Sound sind schon ziemlich ähnliche Namen, das kann man mal verwechseln. Ja, nein! Ich hab ja gar nicht mal auf den Namen geschuckt! Es ist nix passiert! Maudado, was ist das? Maudado, was ist das? Maudado, was ist das? Maudado, was ist das? Ein Schuss! Manu, Manu benennt einfach die Leute komplett um und verwirrt sie dadurch. Ich bin Detective. Okay, okay. Was sollte das, Manu? Manu hat auch schon ein Fenster kaputt geschossen. Was sollte das, Manu? Manu hat auch schon ein Fenster kaputt geschossen. Was sollte das, Manu? Vandalismus! Ja! Ja, das ist ein riesige Petze dieser Maudado. Hä! Er hat's laut gesagt. Deswegen... Ilay hat mich mit Maudado verwechselt. Bitte töten. Ich hab'n Backstein, Oso. Legitimer Todesgrund. Warte ich drück drauf. Ist doch wohl positiv oder nicht? Hallo ich bin ein Backstein. Hält der auf einmal so ein Stein aufm Kopf? Nein! Warte mal ich komm mal. Gib mir ne Backstein. Wer war der gerade? Ach der Peter. Der Usaft. Was wollt ihr denn haben? Wer ist denn ihr Death? Achso. Wolltest du eine Heatsombe? Ich versuch grad Usaft mit dem Stein umzubringen. Erfolgelos. Bring mich um. Ja. Bring mich. Warum liegt hier ne... Hast du ihn getötet? Zombe hat Usaft totgeschlagen. Was? Oh nein. War er Traitor? Kann bitte eine Nachfrage prüfen? Er war Inno Zombe. Ja gut dann töte ich Zombe. Ich glaub Zombe ist nach unten abgehauen oder? Da liegt ne Mikrogelele. Ich seh ihn oben. Oh die hat glaub ich Debitor hier reingeworfen. Er fährt nach unten. Er fährt nach unten. Ne ich fahr nicht nach unten. Nach unten. Ok Zombe kommt Achtung. Peter Zombe kommt. Ich hab einen Magnetostick. Passt auf. Oh nein ich hab Angst. Ich geh mal lieber weg. Mag das nicht. Ich mag das auch nicht. Oh German of Trace bei mir. Hatte überhaupt einer unten auf mich gewartet? Wo ist der denn jetzt? Ja keine Ahnung wenn ihr... Alter ihr hattet nur... Hier dieses Scheißloch zum Überwachen und schafft das nicht. Dieses Scheißloch den Anus. Hallo Dario. Dieses Scheißloch. Ich fuhl aus dem Fenster ob ich ihn sehe. Da ist ja wer. Oh das ist Peter glaub ich. Hi. Ok. Zombe ist auffällig unauffällig irgendwie. Ich verfolge dich. Ich bin hinter dir. Lauf mir nicht hinterher. Ne ich hab keinen Radar. Scheiße. Ok. Warum rennt du mir hinterher? Ne mach's ja gar nicht mehr. Hallo. Wer steht da? Maudado. Maudado. Er beschützt dich bitte. Aber was sollen wir denn auch da? Ich hab nen Teekessel. Ja. Ah sehr gut. Da ist er. Guck mal das ist ne Möbel. Wo ist der? Ok warte mal ich probier's mal. Ja. Was Manu? Getroffen? Ja hab ich. Was ich probier mal was? Er will mich töten. Er will mich töten. Also Zombie ist hier vor uns ne? Ist der jetzt der Traitor oder was? Ja keine Ahnung. Der hat jemanden getötet. Aber das hätte ich auch gemacht. Was hättest du auch gemacht? Was hättest du auch gemacht? Boah. Manu was hättest du auch gemacht? Ich hab Schaden bekommen. Ich hätt der Umsatz auch getötet. Warum? Weil der. Weil der nur ne 1 HP hatte. Da ist das Zombie drin. Ich hatte 10 HP. 10. Ja siehste. Zombie hat nichts mehr zu verlieren. Denn. Oh. Woah ich bin runter gefallen. Ich bin fast tot. Geh zur Healing Station. Zombie töte ihn. Auf der Treppe ist ne Healing Station hier. Oh Zombie kommt rein. Was hat mich denn da runter geschleudert? Was hat mich denn da runter geschleudert? Keine Ahnung. Bei irgendein Rabauke. Ich muss zur Healing Station. Ich muss zur Healing Station. Ich muss zur Healing Station. Brauch ich. Hä? Zombie hat jemanden getötet. Hier ist ein riesen Explosions Ding. Hier ist ein riesen Explosions Ding. Wo denn? Ich bin Manu. Hier ist schon ein paar Inno. Peter. Wer war grad beim Hause? Dann ist es Maudado. Ne Moment. Wir haben noch einen Inno. Einer von eut. Ne. Ich bin der Inno. Dann sind die anderen beiden Traitor. Manu ist Traitor. Ja klar doch. Maudado und Dario müssen es doch dann sein. Manu ist Traitor. Ich bin gerade halb gestorben durch diese scheiß Portfolio. Ja ist mir egal. Trotzdem. Das ist auch kein Fall. Peter. Dario. Dario hält sich. Dario hält sich. Dario ist es. Irgendwie fast getötet. Manu schießt mich an. Manu war nicht beim Haus, als es explodiert ist. Oh. Oh sorry. Sorry. Nein. Hier meine Waffe. Ich dachte mal. Fuck it. Alter. Reflexschuss. Oh fuck fuck fuck. Alter was ist das für ein Tod? Sehr gut ey. Todestreppe. Alter. Alter. Die Treppe des Todes. Das ist echt nicht schön hier. Alles deine Schuld Osaft. Ich habe den Grundstein gelegt. Der Treppe des Todes. Nein nein. Der Grundstein hat sich auf dich gelegt. Ja da bist du jetzt stolz drauf. Ja. Oh man. Warte mal. Da war ein Detective. Da war. Zombie tot. Osaft war tot. Osaft war tot. Sind schon mal frei. Also nur noch Dario. Modano und ich. Ja warum nicht. Die Treppe gefällt mir. Oh. Die Treppe ist wirklich süß. Warum ist mein Ding so hoch? Meine Galil. Meine. Au. Der Galil her. Nein. Ich bin nicht. Der wirklich. Zombie hat mir 50 AP abgezogen hier. In wem lauf ich da? In Zombie. Oh. In Zombie. Ich lege. Ich lege. Ich beschütze dich. Ich schwimme. Bist du hinter mir? Ne. Osaft ich hab den Galil-Felker angeschossen. Ne. Ich bin's nicht. Ich bin's nicht. Ich bin's nicht. Tolli schaden. Weil er mir 50 AP abgezogen hat. Weil ich ne Galil besitze. Ich hab heute nicht mal gesehnt. Oh Saft. Oh Saft hat Holly gekillt. Ne. Oh Saft macht das so weil er ne Galil hatte. Oh Saft macht das so weil er ne Galil hatte. Und er ist ein sicher Traitor wenn nicht. Danke. Danke. Danke LG. Oder nur danke. Holli ist tot, Osav ist tot Dann ist es Zombie Hä, warum ist es Zombie? Weil ich auch Holli angeschossen hab, weil er den Galil hatte Achso, hat die Lay Wer hat alles Holli angeschossen? Ich hab Holli nicht mal gesehen Ja, okay dann ist er die Lay Hä, warum ist es nicht Zombie? Weil er Holli angeschossen hat Hä, warum bin ich es da nicht? Holli ist nicht, Hä, Holli war innocent Holli war Inno Maudado, Holli war Inno und ich hab ihn angeschossen Maudado hat ihn getötet sogar Aber ich hab ihn angeschossen, weil er eine Galil hatte Achso, Maudado hat ihn getötet Darf ich die Lay bekämpfen? Jaja, töte mal die Lay bitte Warte, ich kann kein Radar Weiß ich nicht, sagt er selber Äh, warte, er ist im Himmel Ja, im Himmel Echt so scheiße mit dem Radar Im Himmel, ganz klar Ach, es leben nur noch zwei Seh ich das richtig? Das, da ist er doch Au Ich muss einfach Amok laufen, weil es ekeler war Manu, ich wollte gerade Die Wasser wegteleportieren Ja, aber ich hab dich getötet Na gut Schmardado? Schmardado? Ja, ich bin tot Was? Ich bin gestolpert Ich bin allein in der Minekraftwild Schmardado, töte dich Nee, komm zu Sehr gut Schmardado 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 Schmardado